Herzlich willkommen bei Ihrem Zahnarzt in Göttingen. Die Verbindung von moderner Zahnmedizin und verständnisvoller Behandlung ist unsere Philosophie. Daher ist uns jeder Patient wichtig, die Großen und die Kleinen. Wir machen für Sie Zahnmedizin anfassbar, denn gute Beratung ist uns wichtig. Ob Sie professionelle Zahnreinigung oder Bleaching brauchen oder bisher Angst vorm Zahnarzt hatten. Nicht immer haben wir Zeit zum Spielen, aber Kinder merken gleich, dass sie sich bei uns wohlfühlen können. Fühlen Sie sich in unseren sonnendurchfluteten Räumen ebenfalls wohl. In den Praxisräumen erwartet Sie modernes Ambiente. Hier erhalten Sie von uns die qualitativ bestmögliche zahnmedizinische Versorgung. Strahlungsarmes digitales Röntgen gehört ebenso dazu wie unser eigenes Dentallabor. Durch dessen Hightech-Ausstattung sowie durch unsere qualifizierten und hochmotivierten Mitarbeiter können wir Ihnen eine optimale Zahntechnik aus einer Hand gewährleisten. Sie finden uns direkt beim neuen Rathaus in Göttingen, Riemannstraße 32. Rufen Sie doch gleich an. 0551 73 222. Wir freuen uns auf Sie. Ihre Zahnarztpraxis Dr. Sebastian Egert. Wir freuen uns auf Sie.